Mein Name ist Bettina Wützel, die Firma ist TTS Office Support. Wir sind ein Telefonsekretariat in Land. Wunderbar. Und Sie sind Aussteller hier auf der Messe oder sind Sie Besucher? Ich bin Besucher. Wunderbar. Und wie sind so die ersten Eindrücke von Ihrer Messe, von der Messe? Doch. Überraschenderweise vieles Neues. Viel richtig online basiert. Es geht sehr, sehr in die Online-Welt. Viel mehr als früher. Sehr interessant. Sehr spannend. Was hätten Sie sich ansonsten erwartet? Warum überraschend? Die Schnittstelle zwischen nicht online und online war früher einfach ganz, ganz selten. Jetzt ist viel, viel mehr online. Viel mehr Online-Tools. Viel, viel mehr Richtung Chat. Durchaus weg vom Telefon. Also Chat kommt immer mehr. Das finde ich sehr spannend, was da so passiert. Und was macht Ihre Firma Besonderes? Warum sollte ich Kunde bei Ihrer Firma? Wir sind sehr, sehr individuell. Wir sind schon Call-Center, aber unsere Kunden haben maximal 1,5 Agents, durch die sie betreut werden, sodass wir eine unglaublich starke Kundenbindung aufbauen. Also wir haben nie die Situation, dass der Kunde nochmal etwas erzählen muss, er hat eigentlich mit derselben Person schon telefoniert. Ja, wunderbar. Und gibt es ein persönliches Highlight jetzt schon bei der Messe? Haben Sie irgendwas entdeckt, was Ihnen besonders gefällt? Einen sehr interessanten Web-Education-Anbieter. Weil ich einige Standorte jetzt aufbauen will, die ich alle gar nicht zum Training einladen kann. Und da ist sowas natürlich Web-basiertes, Telefon-Training. Das ist spannend. Das ist richtig gut.